so ich weiß zwar nicht wie ihr geschlafen habt aber wir haben sehr gut geschlafen die nacht in worte zu fassen ist genauso schwierig wie gestern den tag ich habe zum ersten mal wieder richtig geschlafen seit wochen wenn ich sogar monat ja und diese ruhe abends war zwar ein bisschen nervig zum einschlafen die grillen die mir recht laut vorkam und absolute ruhe bis auf natur man hat regelmäßig fische springen ein paar größere tiere sind durchs unterholz gekrochen ein paar kleinere tiere waren auch nah am zelt dran ich glaube ein igel vorbeigelaufen ist das zelt gestritten was ein bisschen nachdenklich macht sind wenn steine oben vom gebirge sich lösen und fallen runter durch die bäume durch die baumkronen knallen auf dem boden das macht einen nachdenklich das ist ein feeling hier zu schlafen das ist der beste punkt überhaupt den ist ja auch nachts waren einige fußgänger unterwegs und radfahrer mal vorbeifahren hören aber auch alle rücksichtsvoll hört man leise da schläft jemand die der leise vorbeigegangen nach 20 30 metern wo die bei uns vorbei waren haben sie langsam wieder angefangen zu reden so was von rücksichtsvoll das hat man ja lange nicht mehr erlebt das ist so eine ruhe man kann so gut hören hier und ja da sind welche auf der anderen elbseite gelaufen wenn man so überpeilt genau andere seite des ufers ist ja ungefähr 150 meter breit und genau von der anderen stelle gegenüber waren die noch gut drei vierhundert meter flussabwärts diesen flussaufwärts gekommen haben sich unterhalten man konnte nahezu hundertprozentig das gespräch mitverfolgen so eine ruhe hier dass er dass das gespräch so weit zu hören ist das ist ja hammer wir haben es jetzt 7 uhr 30 unser zu hause haben wir wieder eingepackt fahren jetzt wieder flussaufwärts richtung raden hat die offizielle route ist in der karte südlich eingezeichnet der elbe und haben wir mal sehen ob wir nördlichen weg finden denn auf der ganze tour hier waren ja genug straßen und wege nicht eingezeichnet die aber trotzdem wunderbar zu fahren sind lassen wir uns mal überraschen so wie es aussieht wird das eine sackgasse der weg wird immer schlechter schmaler werden wir mal versuchen umzudrehen was ich noch für das 1000 zügen schaffen oder abkoppeln müssen immerhin sind wir fast vier meter lang dass wir wenden müssen hat auch was gutes guck mal sonnenaufgang in der bastei schön beleuchtet wird also wäre der weg jetzt keine sackgasse gewesen und wird immer weitergehen hätte mich gar nicht und das ist jetzt auch die teuerste ferie überfahrt die wir jetzt haben wir jetzt 3,50 euro für die wir sind happig im schnitt waren die fähren um die 1,50 2 euro wir müssen ja nicht im schlimmen takt drüber fahren die schnecke da haben ein paar zentimeter gefehlt wir schleifen und rammen durch gestern waren wir da oben man kann gut das panorama-restaurant sehen und da oben drauf waren wir mit der karte glaubensschenke waren das über 200 meter höhenunterschied und da oben drauf war da vorne schon die fest und königstein zu sehen meine persönliche dampflokomotive heute wieder paula 1 zu 1 klingt das wie eine dampflokomotive oh man ist egal also früh am morgen ist ja richtig was los hier auf dem wasser stand up paddling kanufahrer schon gesehen also wenn das wasser nicht so kalt wäre was aus dem berg kommt würde ich hier baden hier hat die strömung vom bach eine schöne wanne gespielt ins gestein jetzt hat man sich einsetzen das tiefe loch ins klare wasser tausende fische schwimmen hier drin rum alle eiskalt ja wie soll es auch anders sein pause gemacht kommst du zum fahrrad wieder plattfuß und mechanikerin paula hat ein reifen runtergenommen aber hat keine lust mehr weiter zu machen muss ich wieder ran man dieses mädel vielleicht kommen hier die ganzen kanufahrer her kanu dresden und hier oben den kanu dresden vielleicht oder noch weiter auf jeden fall eine geile idee steckes in hamburg das ist ein klappen der den kutter fährt wir stellen uns an warten die ganze zeit bis alle runter sind er quatscht noch mit den letzten fahrgästen und quatsch und quatsch ich fahr langsam rauf und erst wenn ich drauf bin reißt er die klappe auf ja andere seite ist gesperrt du kommst nicht bis bachandau ich dachte mal vor die klappe aufzumachen wenn er anlegt war groß und breit zu sehen schon auf dem steg nein erst später ganz am ende wenn du drauf bist macht er die klappe auf so ein profi wie es das ist so irgendwo muss ein nest sein die vermehren sich ja hier das ist wie auf der autobahn und wieder mal bin ich der scheiß Radfahrer der böse Radfahrer der auf der Fahrbahn fährt alle Radfahrer fahren auf dem Gehweg es ist nichts freigegeben für Fahrräder aber ich werde zugehubt warum ich auf der Fahrbahn fahre ein LKW hat uns jetzt schon überholt Arsch knapp mit Hupen ja mein Sonnenhut flog dann schön weg und jetzt in der Elbe also den kann jetzt einer einsammeln den Hut irgendwo Hamburger oder so ich wäre nett Mann ey aber sobald ich die Kamera rausgeholt habe du alles ruhig hinten drin keiner hupt keiner fährt mehr dicht auf keiner überholt also machen sie den Scheiß mit Hupen und eng überholen voll mit Absicht und sobald eine Kamera zu sehen ist die was aufnimmt reißen die geht sich so sehr ruhig zusammen auch runter von der Stressstraße zum Glück hat hier im Band Schadendau am Sonntag auch die Geschäfte offen ein bisschen was kaufen für uns Obst Gemüse ein Saft für mich ein schön also so wie man meint man so überlegt wie oft für Pausen machen und Essen kann man das Tour de Fresse beinahe nennen oder so ähnlich es ist auch stressig wie nichts Touristadt Autos fahren durch gefühlt ist es eine Autobahn fährt durch die Stadt wir fahren jetzt weg von der Elbe Richtung Lichtenhainer Wasserfall bzw. den Kuhstall den es da oben gibt das ist eine große Höhle die nennt sich so ich bin mal gespannt wann wir der ersten Straßenbahn hier ausweichen müssen da muss ich mal Platz machen da haben wir einen Campingplatz aber Campingplätze die passen nicht so zu uns unsere Zeitplanung wenn man sich anmeldet muss man auch Kaution bezahlen dass man den Platz sauber hinterlässt aber was ist wenn wir losfahren wollen ohne abzuwarten dass Personal kommt um unser Pfand wieder zu geben dann wird es heißen ja wir halten den ich das fand und je nach Campingplatz habe ich schon mal gesehen 20-30 Euro wollen die haben ja und darauf habe ich halt keine Lust ist nichts für uns wenn wir wach sind sind wir wach wenn wir fahren wollen wir fahren wollen wir fahren so 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 wie hier die Pflastersteine weggespült sind, unter Schutt links und rechts, da war ja auch die Bahntrasse, garantiert überflutet, die ganze Straße unter Wasser, das ist Hammer hier. Und in die Spurrolle. Na ja, suchen wir uns einen Platz, wo wir uns hinstellen. Da haben wir eine schöne Ecke gefunden, hier hat das letzte Hochwasser, die schöne Lagune, da ist noch ausgespült. Bis zum Tief kann man reingehen, eiskaltes Quellwasser, das ist eine wahre Wohltat, finde ich sicher. Mittlerweile haben wir auch zwei Stunden Pause gemacht, Frühstück und Mittag, sozusagen inklusive. Zeit, also nochmal gucken, wohin wir jetzt fahren. Abruf in die tschechische Richtung. Abruf in die tschechische Richtung. Jetzt verschieben wir da noch eine kleine Schutzhütte, wo wir die Nacht überverbringen können. Von der letzten Flut, vor einer Woche, haben wir die Strafe komplett mit dem Schotter überdeckt. Überdeckt. Und alles kam von dem kleinen Bach. Dann fahren wir mal Zelten. Dann fahren wir mal Zelten. Aus dem Triebricht, nee, Caspar David Triebricht. Caspar David Triebricht. Keine Ahnung. Koppel bekannt vorher. Frau Frau, erzähl ich mal, sie füße. Guck mal gucken. Zum Benutzen diesen Weges, bitte bringen Sie eine Heckenschere mit Benzin oder Batteriebetrieben bevorzugt. Ja. Irgendeiner scheint da lang zu gehen. An der anderen Seite der Elbe sehen wir die ehemalige Grenzstation. Deutschland, Tschechien. Aber wir sind noch weiterhin in Deutschland. Die Grenze verläuft jetzt mittig der Elbe. Ungefähr, ich glaube noch zehn Kilometer, dann sind wir in Tschechien. Einmal sieht grau aus und nach den Flutschäden die ich da eben gesehen habe, habe ich jetzt keine Lust irgendwo am Rand zu campen. Wieder den nächsten Morgen auf Elbe schön. Das ist doch ein Feature in Tschechien. Das hier. Das ist doch ein Feature in Tschechien. So, Paula. Ein Newton. Irgendwo. machen wir eine wende wenigstens gehen bei dem wettel ich weiß nicht ob das für euch zu hören ist aber kamera auf jeden fall ich höre donner also es gewittert irgendwo himmel ist auch ein bisschen grau aber wir sehen ja nicht wo ein gewitter ist durch die berge auf gewitter habe ich jetzt keine lust ich weiß auch nicht was uns erwartet in tschechien also ich glaube wir drehen mal um ein paar stellen haben wir unterwegs ja gesehen wo wir schutz suchen könnten beziehungsweise wo wir übernachten könnten ja und wieder raus aus tschechien also wir sind weiter gefahren als wir eigentlich vor hatten dresden war eigentlich war das hauptziel zu erreichen aber es ist weiter gekommen bis nach tschechien das können wir sagen von hamburg nach tschechien weil wir gewendet haben kann ich dann sagen ich habe eine runde gedreht in tschechien mit dem fahrrad können wir mal so nutzen ihr wisst wie es war an den schutt bergen sind wir vorhin schon vorbeigefahren vor einer woche ungefähr gab es ja hier ein unwetter was hier schutzbäume und sonst was alles runter gespielt hat durchs gewölbe durch ein bisschen kann man es erkennen dass da vorne die elbe fast halb zugeschüttet ist von den schüttet ja diese schutthaufen hier sind aufräume arbeiten also ich werde da ein bisschen nachdenklich gerade hier wäre auch ein rastplatz gewesen ein bisschen sieht man ihn noch das dach stehen aber so wie die gewölbe sind ich glaube das wäre also ich glaube das wäre hundertprozentig nach unserem beuteschema zum übernachten hätten wir hier übernachtet und in der nacht kommt sowas runter also das hat unser schicksal bedeutet also wir sind wieder bad standau vorbei haben vor uns gewitter königstein fest und königstein ist anscheinend voll im gewitter und das bewegt sich kaum weiß nicht ob dir das auch auf der kamera sieht die blitze aber wir müssen ganz langsam fahren dass wir nicht rein fahren in den gewitter aber zur not haben wir an tat mit was einer von euch ja letztes jahr zur spende gegeben hat sachspende für die reise noch mal danke ich habe mal einen hausbesitzer gefragt und wir vor seinem haus an der elbe übernachten dürfen wenn es wirklich jetzt gewitter kommt ja wir dürfen es aber erst nach 19 uhr sagt er weil hier auch regelmäßig kontrolliert wird dass keiner hier wild kennt naja nochmal sehen wir haben jetzt 17 uhr mal gucken was uns erwartet er dann nächstlich auf dem platz finden wir haben uns unter eine brücke gestellt die angsthabenden turis suchen schutz und die anwohner interessiert nicht doch nicht genau von oben auch so einzeln hört man auch die regentropfen langsam stärker werden also die sitzen drüben cocktail bar oder fahren die fahrrad sitzen an der kaimauer das einzige was ich habe für regen utensilien ist das überzelt vom zelt das tap und meine jacke wobei meine jacke nur eine funktionsjacke ist die verkölte schutz regentropfen saugt die mittlerweile sie können schnell auf also das gewitter würde vor uns herz wie es aussieht leichte nie so leichte nie so die donner hört ihr ja ich habe jetzt meine jacke an so es hat doch angefangen zu regnen ich habe fix das tat rausgeholt das fahrrad über den händere geworfen paula schläft ein bisschen und ich bräuchte einen kleinen hocke vielleicht auch noch mal einen kleinen hocke mit einem kleinen fallstuhl aber wenn ich hinsetzen würde würde ich jetzt auf dem nassen radweg sitzen und ewig kann ich nicht in hocke bleiben oder mit gebücktem rücken das geht nur aufs kaputte Knie und Hüfte naja Karten spielen wir jetzt schön paula spielt leider nicht mit mir aber so jetzt hier Schutz unterzusuchen da kommen wieder Erinnerungen hoch aus der Kindheit wo wir mit dem Kanufil unterwegs waren auf der Mecklenburger Seenplatte wenn es geregnet hat im Zelt Karten spielen das ist mein Vater oder anderen Bekannten oder Freunde habt ihr auch irgendwie was was ihr bei Regen irgendwie macht wenn ihr unterwegs seid mit Ablenkung was lesen alleine Karten spielen mit Kunstkurschen schreibt mal rein wenn ihr schon machen könnt voll vor dresel keine Ahnung so Viertelstunde später es hört wohl auf mit dem Regen was jetzt noch runterkommt sind ein paar Tropfen von von den Bäumen aber jetzt noch eine Viertelstunde wegen wieder froh aufstehen zu können Paul hat geschlafen keine Maus ja da sind die beiden wieder die hatten auch Schutz gesucht am Elbufer haben angelegt um beim Regen irgendwo Schutz zu suchen aber bei denen war bloß eine Wiese sie konnten bloß irgendwo sitzen auf der Wiese keine Bäume haben sie nichts gehabt herself weg nicht nicht ich Ja, wir haben unser Nachtlager aufgebaut, über den Tag, das kann über den Tag sein. 64 und 74 Kilometer waren das, 12 kmh Schnitt, auf die letzten paar Kilometer wurden wir noch mal richtig nass. Unterwäsche, Socken, Schuhe, alles nass. Dann stehe ich jetzt hier halbnackt im Wald, suche das letzte Stück saubere, trockene Wäsche raus aus meinem Gepäck. Na ja, wir haben einen geilen Platz gefunden, zu übernachten. Ja und kurz bevor wir in Raden waren und da war auch schlagartig vorbei mit der Kondition. Raden noch durch. Raden noch durch, ging es jetzt runter und andere Seite wieder hoch. Aber, ne, durch den Regenschauer komplett durchnässt. No chance. Da sind wir genau in der Senke stehen geblieben. Und wie das aussieht, wo wir jetzt unser Zelt aufgeschlagen haben, verrate ich mal nicht. Da lasse ich euch noch ein bisschen schmoren, bis zum nächsten Film. Ja, ich könnte mal raten, wie wir schlafen. Ich glaube, da kommt keiner drauf. Na ja, fahren, auf jeden Fall. Wir haben ein Dachladen auf. Ja, so gesehen, alles, was wir vorhatten heute, ging in die Hose oder haben wir nicht erreicht? Die erste Nordseite wollten wir fahren, abraten, ging nicht weiter der Weg. Fest und Königstein kamen nicht oben an. Und ja, wir haben versucht hochzukommen. Den einzigen ausgewiesenen Weg, den ich gefunden habe, entlang der Bundesstraße. So, sind wir langgefahren. Steigung, Steigung, Steigung. Über anderthalb Kilometer. Ich sogar am kleinsten Gang. Paula ist gelaufen, damit ich weniger schleppen muss. Und dann nach anderthalb Kilometer habe ich dann gesagt, aus dem Haus. Ne, wir fahren wieder runter. Ich war fertig. Die Strecke schnurgerade. Keine Kurve zu sehen. Kein Ende von der Steigung. Und ich war nach dem anderthalb Kilometer fertig. Ja, dann dachten wir, wir fahren weiter nach Backshandau. Ja, haben wir einen geilen Fährmann gehabt. Kuhmühle. Nach der Pause waren wir zu faul. Tschechien sind, haben wir erreicht. Wir sind gerne weitergefahren, wo uns einige Leute empfohlen haben. Fahrten wir nochmal da und dahin. Aber ich war jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie die Wege weiter aussehen. Ob die kämpfen müssen. Ja, und so sind wir mit Angst, als Gewitter komplett umgedreht. Ja, ich bin jetzt viel zu viel gefahren. Falscher Ehrgeiz. Hatten wir so einen besseren Platz gehen wie der hier. So wohl noch 40, 40, 50 Kilometer, doch die 64, äh 74 Kilometer. Ja, nass bis auf die Haut. Jetzt werde ich irgendwie trocken bekommen. Bezweifelig. So feucht warm, wie das jetzt ist. Der Nebel steigt auf, aus den Wäldern. Erhitzt irgendwelche Flügelkampien. Alles kam anders, wie geplant, wie vorgestellt. War aber kein schlechter Tag, muss ich sagen. Ja, heute war so ein reiner Tag, wo ich sage, ich genieße alles während der Fahrt locker entspannt. Also, war mir heute nicht wirklich so die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Da hat der Ehrgeiz gefehlt. Aber, der Weg ist das Ziel. Es hat Spaß gemacht. Werden wir auch wieder machen. Und ich habe erstmal jetzt festgestellt, nachdem ich auf dem Handy auch eine digitale Karte geguckt habe. Das sind ja nur noch 200 Kilometer knapp, das ist am Rahmen. Sonst werden wir jetzt nicht mal angreifen. Aber für zukünftige Touren werden wir das mal ordentlich merken. Die kennen die Strecken, was hier alles herführt. Wo wir fahren müssen. Mittlerweile haben wir eine richtige Perlenkette an Übernachtung hier. Das ist auch schön, als die Karte eingezeichnet. Da werden wir mal 100%ig nochmal später eine Früh hier machen. Wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht 100%ig. Erstmal morgen aufwachen. Mal gucken, ob wir Wäsche getrocknet bekommen. Also, jetzt mal erstmal gute Nacht. Bleibt ihr gesund. Wir sehen uns dann später zum nächsten Film. Also, tschüss. Gibt es noch was zu sagen, Paule? Ja, ist halt Spiel, ne? Naja, dann werden wir noch mal was für Essen kochen. Paule hat schon, aber ich mache mir noch eine Tütensuppe warm. Das geht schon. Paule. 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 Vielen Dank.